Jedes Auto hat Ränder, um sich vorwärts zu bewegen. Guter Gott, sei auch du wie ein Rad für uns, das uns im Leben immer vorwärts nimmt. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto braucht eine Zündkerze, um stark zu können. Guter Gott, lass uns immer gerne an den christlichen Staat aufwärts zurückdenken. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Der Wunder ist das Herz des Autors. Guter Gott, gib uns Jugendlichen das Gefühl, dass du immer für uns da bist, wie ein Wunder in unseren Herzen. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto hat einen Lenkrat. Guter Gott, lenke auch uns in die richtige Richtung des Lebens. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto hat einen Sicherheitsrat. Guter Gott, begleite uns auch nach der Firmung, wie ein Sicherheitsrat. Im Auto sicher auf unserem weiteren Lebenswerk. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto hat auch ein Licht, um sich im Dunkeln orientieren zu können. Guter Gott sei auch ein Licht bei uns, dass wir die Orientierung zu dir nie verlieren. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto muss ein Dank. Guter Gott, hilf uns, Jugendlichen Kraft zu sein. Wenn wir mal in schon mal die Situationen sind. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Jedes Auto hat ein stabiles Punkt gewusst. Guter Gott sei auch eine stabilische Stütze für unseren Körper. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Wir bitten dich, Herr Hörmanns. Auf jeder Straße gibt es Wegweiser. Guter Gott, gib uns ein Wirklichkeit nach, ein guter Wegweiser für uns auf dem Weg zum Ziel, wir um zu sein. Wir bitten dich, Herr Hörmanns.